Messung. Durch Methoden der Kalorimetrie lässt sich der Grundumsatz direkt über die abgegebene Wärmemenge oder indirekt über den Sauerstoffverbrauch messen, was aber für den Alltag außerhalb wissenschaftlicher Forschung, beispielsweise in Krankenhäusern, zu aufwendig ist. Die direkte Kalorimetrie wurde schon im 18. Jahrhundert von Antoine Laurent de Lavoisier entwickelt, hat inzwischen jedoch nur noch historische Bedeutung. Stattdessen wird heute in der medizinischen Praxis mit Spirometern der Atemstrom des Probanden gemessen und daraus das Volumen der Atemluft, der Sauerstoffverbrauch und aus beidem schließlich der Grundumsatz selbst ermittelt. Tatsächlicher Energieumsatz Mit erhöhter körperlicher Aktivität steigt auch der Energieumsatz, und die dadurch zusätzlich umgesetzte Energiemenge wird Leistungsumsatz genannt. Der tatsächliche Energieumsatz lässt sich abschätzen, indem man den zuvor bestimmten Grundumsatz mit einem Aktivitätsfaktor multipliziert. Dieser beträgt zwischen 1,2 im Liegen oder Sitzen und bis über 6 bei schwerer körperlicher Arbeit, zum Beispiel in der schweren Industrie. Bei Sport teilweise sogar noch viel höher. Bei Büroarbeit dagegen kommt man lediglich auf einen Aktivitätsfaktor von 1,3 bis 1,6. Im Krankheitsfall wird der Grundumsatz zur Ermittlung des tatsächlichen Energiebedarfs außer mit dem Aktivitätsfaktor auch noch mit einem Traumafaktor multipliziert, der durch die Schwere der Krankheit bestimmt wird und zwischen 1,0 und 1,6 beträgt. Die Wärmeabgabe eines Menschen in Ruhe beträgt im Durchschnitt rund 90 Watt, wobei er stündlich etwa 15 Liter Kohlendioxid produziert und außerdem etwa 1 bis 2 Liter Wasser verschwitzt, was einer Kühlleistung von 26 bis 52 Watt entspricht. Grundumsatz beim Menschen Den größten Anteil am Grundumsatz im menschlichen Körper haben Leber- und Skinletmuskulatur mit je etwa 26%, gefolgt vom Gehirn mit 18%, dem Herz mit 9% und den Nieren mit 7%. Die restlichen 14% entfallen auf die übrigen Organe. Die restlichen情östern, rechtlichen Dank. Willi mit dem Herbst prüfen, einen Angriffividu mit ihrem Körper verbinden auf die übrigen Organe. Und den schiff zu den Nieren mit7n zu ändern, das natürlich auch bei unseremachen." Die Leber- und Schwere der euch in der Grundlage arbeiten insgesamt.